The revolution will be brought to you. TikTok, 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 die Zeit läuft, ihr Lieben. Ein neuer Podcast steht an und wir sind wieder am Start. Liebe Natascha, was treibst du? Jetzt habe ich gedacht, du sagst zu mir, liebe Natascha, wo erreiche ich dich heute? Nein, ich bin nicht Markus Lanz. Damit hätte ich jetzt gerechnet, lieber Mick. Ja, es ist immer schön, wenn ich dich noch auf dem falschen Fuß erwische und nicht ganz so berechenbar bin, wie du es gern hättest. Was heißt, wie ich es gern hätte? Wieso schätze ich dich jetzt einfach ein? Nur weil ich ein Kontrollfreak bin? Ja, natürlich. Wird sich alles ändern. Ich werde lernen, loszulassen. Ei! Ah, du weißt, was ich festgestellt habe? Heute? Heute? Ja, aber irgendwo auf Facebook. Ganz ehrlich, ich war heute ein bisschen, ich war heute nicht brav. Was soll das heißen? Ich habe heute zwei Stunden rumgegammelt. Das mache ich jeden Tag, wenn ich Zeit habe. Ja, aber du hast ja auch ein Problem dann damit. Ja, Zeitproblem dann. Ja, genau. Dann schimpfst du mit dir selber, dass du jetzt in der Nacht sitzen musst, was fertig machen, weil du es vorher nicht gemacht hast. Und dann gehe ich doch ins Bett, wenn man den kleck mir am Arsch. Morgen ist auch noch ein Tag. So in etwa. Wir haben ja Zeit. Außerdem gibt es ja Zeit gar nicht. Nein, also ich habe dann während des... Also erstens habe ich ein sehr gescheites Buch angefangen. Da werden wir noch einige Dinge hören in den nächsten Wochen. Das wird spannend. Wir haben es ja schon empfohlen, das letzte Mal, glaube ich. Nein, nur so durch die Blume. Wir haben die Autorin empfohlen. Nein, die hat das ja gar nicht geschrieben. Die, die wir empfohlen haben, die hat das Buch empfohlen, beziehungsweise vielleicht gar nicht unbedingt das, aber sie hat es erwähnt. Ist egal. Also die Vera Birkenbiel hat von einem Buch gesprochen, das hast du dir gekauft und jetzt bist du schlauer. Fast. Also das Buch, was sie empfohlen hat, das gibt es nicht mehr. Und wenn man es gebraucht kauft, kostet es irgendwie eine Lawine. Und dann haben wir gedacht, na, dann nehme ich mal das andere und fange mit dem anderen an. Also diese Venus-Mars-Geschichte, Mann-Frau und anders und so weiter. Natascha will ja gerne alles verstehen. Wie ist denn das, wenn jetzt... Also früher gab es ja quasi diese Bücher mit Der Mann kommt vom Mars, die Frau von der Venus. Ja, genau, das ist das. Ja, ja, aber gibt es da jetzt dann in Zukunft neue Bücher, wenn es 64 Geschlechter gibt? Du sagst, der kommt von Pluto, der kommt vom Uranus. Stimmt. Vielleicht brauchen wir irgendwann neue, die anderen Sonnensysteme noch dazu mit Planeten und dann ist die Frage, benennt man die nach Planeten oder nach Sternen? Das ist ja ein Unterschied. Ich habe keine Ahnung. Aber das habe ich jetzt gerade in dem Moment, habe ich mir gedacht, ja, wenn es ja nichts jetzt in der jetzigen Zeit nicht mehr so einfach ist, damals war das ja noch so, muss man vielleicht da auch umdenken. Naja, ich weiß gar nicht unbedingt, weil... Naja, da müssten wir jetzt genauer wieder ins Thema reingehen, weil im Prinzip... Nein, das Thema wollen wir jetzt gerade nicht reingehen. Obwohl, es hat uns letztens mehrere Klicks beschert. Ich will nur ganz kurz sagen, weil im Prinzip die Basis ist ja Männlein und Weiblein oder männlich und weiblich oder... Was war jetzt das Neueste? Die Mutter ist eine gefährende Person und der Vater ist irgendwie der Dazugehörige mit Penis oder irgendwie so ein Blödsinn. Also, ja, lauter doofe Wörter. Egal. Aber im Prinzip, also an der Basis war ja Adam und Eva, also Mandel und Weiberl. Und wenn wir jetzt halt haben, ein Mandel, das sich wie ein Weiberl fühlt oder ein Weiberl, das sich wie ein Mandel fühlt und das vielleicht auch abwechselnd im Wochentakt oder was auch immer, ja, sind es ja trotzdem immer noch diese zwei Planeten. Blöd wird es, wenn sich einer als beides gleichzeitig fühlt. Dann weiß ich halt nicht, für den bräuchert man einen neuen Planeten. Oder es... Aber sonst geht es sich aus. Ich meine, es wird dann halt geküpft, ne? Also, ich bin dann halt einmal... Es wird dann zusammenbrechen, glaube ich. Aber gut, davon wird es ein andermal oder jetzt in den kommenden Wochen immer wieder was geben, weil ich mich dann eben nicht fortbilde. Ah, du bildest dich fort, das ist schön. Tiere, die Geschlecht wechseln können, wie heißen die Hermaphroditen, oder? Wie heißt das Fachwort? Das weiß ich nicht. Wechseln weiß ich nicht, aber die, die... Ich weiß, wie die heißen, die es gleich haben. Beides. Vollpragene Schnecken. Das sind Twitter. Auch schön. Die haben... Also, mit Twitter, nur mit... Nur mit... Übrigens, ich habe eine Freundin, weil wir gerade bei so komischen Wörtern sind, ja, Twitter, warum nennen die sich Twitter? Ich weiß gar nicht, was Twitter auf Englisch heißt. Zwitschern. Nein, deswegen der Vogel. Also eben der Twitter, der gleich doppeltes Letty Schneck da. Was das auf Englisch heißt, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht Twitter. Aber ich habe da letztens mit ihr darüber gesprochen, wegen Webseiten und so weiter, weil die kennt sich aus, die hat schon verschiedene Baukastensysteme benutzt, ja, und dann habe ich gesagt, naja, du hast ja da schon ein bisschen mehr Ahnung, kannst mir da was sagen, weil ich habe da noch nie reingeschaut, in dieses System oder jedes, und sie hat gesagt, es gibt ein System, das greift die nie im Leben an, weil sie nicht versteht, wie man sowas so nennen kann. Wix. Das war früher so, wie wir unsere Veranstaltung gemacht haben, wir haben uns eine Wix-Seite gemacht. Tatsächlich. Das war immer ein bisschen blöd, wenn wir dafür Werbung machen wollten, nach der Veranstaltung, während wir fertig waren. Wir haben übrigens jetzt eine Webseite, die haben wir über Wix gemacht. Wir haben eine Wix-Seite, ist natürlich super. Vielleicht haben die das da marketingtechnisch absichtlich so genannt, also wirklich um... Na gut, die kommen ja auch von Übersee, du weißt ja nicht, was Wix heißt. Wix. Wix, Wix, was heißt Wix auf Übersee? Also das ist irgendwas wie Hexerei oder sowas. Wix, Wix. So wie Witsch. Wix heißt Wix. Wix heißt nix. Wix und weg. Wix heißt einfach Wix. Naja, da gibt es ja auch Autos. Oh ja, wie hat denn der geheißen? Na, ich weiß es nicht, vielleicht fällt es mir später ein. Aber, ich wollte ganz was anderes sagen, ich wollte nur erzählen, beim Rumgammeln heute habe ich auf Facebook so rum und natürlich, ich habe ja nur mehr KI-Gruppen in meiner Facebook-Timeline. Timeline, also ich kriege ja da nichts anderes angezeigt und da stellen sich dann eben immer wieder diese ganzen großen Fragen und was machen wir dann und die KI wird die Welt fressen und man macht nichts mehr selber und dann weiß man nicht mehr, da hat einer eine Frage gestellt, wenn das jetzt eben alle können und dann weiß man ja nicht mehr, was fake ist und was nicht fake ist und dann haben halt viele Leute was drunter geschrieben, auch manche Leute, die dann meinen, na, da wird es dann die KI geben, die dir dann zeigt, was fake ist und was nicht. Dann haben wir gesagt, ja, genau. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass es dann eine Chance gibt, einfach nur noch bewusster zu werden und auch eben nochmal festzustellen, wie wichtig Authentizität ist. Authentizität? Du hast jetzt geschaut, wie schön ich das sagen kann. Das hast du super gesagt, glaube ich. Aha. und wie wichtig quasi auch dieses echte Leben ist und nicht nur dieses ganze Virtuelle. Also da wird sich einiges drehen. Also diese Chance sehe ich, aber ich sehe ja lieber Chancen als irgendwie grausliches Zeug. Ja, wir müssen auch unbedingt schauen, dass unser Workshop und unser Podcast so mal durch die Decke geht, damit wir ein bisschen finanzieller freier werden, weil ich habe eigentlich nicht Lust ständig vom PC zu sitzen. Das habe ich jetzt letztens gemerkt, wie ich jetzt den Kurzurlaub nach Mallorca gemacht habe. Ich habe ja keinen Laptop dabei gehabt, nur das Handy und das Handy war ja auch eigentlich die meiste Zeit wirklich weg aus der Hand und das hat sich wirklich gut angefühlt. Also besonders, wenn man so auf der Insel war und du hast, es war jetzt nicht zu heiß, es war angenehmes Wetter, du hast gesehen, ich lag nur am Pool und habe wirklich mal gelesen. Ich habe nicht im Handy irgendwelche Artikel durchgeschaut, sondern ich habe extra, ich habe mir Bücher gekauft und konnte mal in Ruhe lesen und das habe ich auch schon lange, lange nicht mehr gemacht. Also ich bin da sehr dankbar für. Ja, ich habe, wie gesagt, auch heute mein Buch angefangen. Das liegt allerdings daran, ich lese, ja einfach, prinzipiell klingt jetzt blöd, aber das ist jetzt nicht, das hat man nicht ausgesucht, das hat sich so ergeben. Natürlich haben wir es ausgedruckt, wäre ich es entschieden, aber trotzdem, ich lese nur in der Badewanne oder auf der Sonnenliege. Jo, und deshalb lese ich natürlich, ich meine, ich lese jetzt nicht viel im Internet am PC, aber wenn ich jetzt so ein echtes Buch lese, Kindle und solche Sachen, diese Dings, das mag ich nicht, weil ich eben eh schon zu viel am PC bin, dann würde ich natürlich wieder angeleuchtet werden. Aber, was mir dann eingefallen ist, wie ich da eben heute diesen Facebook-Post und dann eben dazugeschrieben habe, ich sehe das als Chance und so weiter und so fort. Ich wollte ja schon was dazu schreiben und zwar, wir brauchen ganz viele Mindset-Coaches, weil diese, eine positive Grundeinstellung, jetzt eben in dem Fall der KI gegenüber auch, weil ich da eben einen gelesen habe, na na, und das wird alles ganz schlimm und so weiter und dann habe ich das dazu geschrieben und der war davon aber nicht abzubringen, also du hast gemerkt, wie negativ der drauf ist, ja, und das fand ich so schade und da haben wir gedacht, boah, es wird ganz viele Mindset-Coaches brauchen in Zukunft, weil... Es ploppen ja an jeder Ecke welche hoch, das ist ja das Schöne, ihr Lieben, wenn ihr da Probleme habt, geht an die nächste Straßenecke, da ist bestimmt jemand, der da sagt, oh, ist ihr Mind gesettet? Ja. Darf ich einen Re-Start machen? Ja, da stehen dann nicht die, wie war das? Leuchttürme. Nein, da stehen dann nicht die Huren falsch. Da stehen nicht die Huren falsch, nein, da stehen dann wirkliche Mindset-Coaches für euch parat und freuen sich über neue Kunden. Ja. Aber es ist ja auch die Frage, wer von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen so online ist wie wir. Also ich glaube, da sind... Ich weiß. es gibt Leute da draußen, die haben noch ein... ein anderes Leben. Ja, es gibt Leute, die haben nicht einmal ein Facebook-Profil. Oder ein Twitter. Ja, ich glaube, Twitter ist bei uns... Also ich glaube, Twitter ist sowieso was sehr Spezielles. Ich bin... Witzigerweise, es war irgendwann vor... ein Jahr, zwei Jahre, drei... Irgendwann in den letzten paar Jahren ist in Ungarn irgendwas passiert. Da habe ich dann nur gehört, boah, vielleicht stürzen die den Präsidenten. Irgendwas war da. Und ich habe so ein komisches Gefühl gehabt und bin nervös worden. Ich wohne in Wien, das ist ja nicht so weit weg von Ungarn. Und das Interessante war, ich habe bei Google, ich habe nirgendwo was gefunden und ich bin dann auf Twitter gegangen und habe da gesucht, weil ich mir gedacht habe, also wenn man Nachrichten so schnell wie möglich haben kann, dann musst du auf Twitter gehen. Ich meine, da wäre es halt dann auch geschickt, man folgt irgendwelchen Leuten, die waren ganz relativ frisch auf Twitter, ja, und da weißt du ja auch nicht, was suchen musst und so weiter. Genau, du hast irgendeinem Japaner gefolgt, der war es gar nicht in Ungarn. Der hat es auch nicht gewusst, ja, es muss dann jemand sein, weil es ist ja auch, wenn Erdbeben sind und so weiter, die Leute twittern, dass wenn einer ein Twitter-Dings dann Bumser hat, ja. Na gut, das war ja, ich meine, das ist ja von dieser Nachrichtentechnik jetzt schon auch, bemerkenswert, ich weiß, was ich jetzt mittlerweile schon wieder aus den Augen verloren habe, waren doch, waren denn diese Unruhen jetzt im Iran? Jetzt da jetzt? Was? Jetzt gerade wieder? Nein, die sind ja jetzt schon ein paar Monate her. Das war ja das, wo die Frauen ihre Kopftücher runtergetan haben und Proteste, Proteste und da hört man jetzt eigentlich auch schon wieder lange nichts davon. Aber das ging ja auch so los, dass viele, viele über Instagram irgendwelche Sachen natürlich nach außen gepostet haben, wie die Lage ja so ist und damit bekommst du es natürlich schnell mit. Aber was jetzt natürlich für mich jetzt schon wieder verwunderlich ist, wie schaut es denn da momentan aus? Also der Blick ist jetzt schon wieder gar nicht mehr drauf, obwohl es vielleicht immer noch aktuell ist? Rein vom Gefühl her halte ich, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber halte ich Twitter tatsächlich für, also jetzt von dem, was ich so kenne, wie TikTok, Facebook, Instagram, halte ich Twitter noch für am, unter Anführungszeichen, seriösesten. Also ich weiß, ich habe nicht nur das Gefühl, dass da so viel Blabla drinnen passiert, wie immer, also Facebook ist für mich ja Blabla hoch 20. Ja, aber was ich in der Zeit auch gehört hätte, ich bin nicht bei Twitter, aber dass halt dort auch so eine gewisse Meinungsmache oder dass es mittlerweile auch sich so verändert hat, dass sehr viele Hetze auch dort mittlerweile vorkommen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ich meine, dafür wird ja jeder Kanal missbraucht. Das ist eigentlich so schade, ich meine, wir sind jetzt so weit, wir könnten so viele Sachen bewegen mit, 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 mit positiven Eindrücken, mit, mit Sachen, die, die positiv gestaltet werden, aber nein, man regt sich auf, weil da Oliver Kahn und der Hassan Salihamidzic beim FC Bayern endlich abgesägt worden sind und alle regen sich auf und jeder hat irgendeine Meinung zu irgendeinem Scheiß und das ist wirklich uferlos. Ja. Jetzt habe ich dir das Wort geraubt. Nein, überhaupt nicht. Ja, aber du bist vollkommen abwesend. Ja, weil ich die Überleitung gesucht habe zu dem Thema, über das ich sprechen wollte und ich hinsetze. Wir reden uns gerade schon wieder in Rage. Ja, genau und ich finde jetzt gerade die Überschrift nicht mehr ein schönes Podcast-Thema, aber ja. Du bist jetzt aber auch wirklich vollkommen abwesend. Ah ja, genau, das war das, mit dem wir für Sinn in unserem Leben gefangen. Das wollte ich. Ja, da wollte ich auch noch hin. Ach so, Entschuldige, wenn du da nachher noch hin willst, also es ist ja, wir sind ja quasi in dieser, es kommt natürlich jetzt darauf an, wie du das siehst, mit dem Leben gefangen sein. Also ich glaube schon, ich will jetzt fast aus der Blase, weil ich glaube, du hast schon wieder das Wort Blase auf der Lippe. Auf der Zunge, ja, ich habe meine Blase schon wieder auf der Zunge. Von der Blase will ich jetzt nämlich gerade ein bisschen weg und das ein bisschen vergrößern in eine Welt. Das wollte ich jetzt ja eben auch, das wollte ich jetzt eben auch, weil es betrifft ja nicht nur wir, die wir gefangen sind in unserer online technologisierten Situation, sondern es gibt ja eine Welt darüber hinaus, die wir ja auch bewohnen, die wir befüllen und die wir bespielen, weil wir sind ja nicht die ganze Zeit. Die Welt meinte ich eben nicht, sondern ich meinte sehr wohl deine Welt und meine Welt, was aber etwas größer ist als deine Blase und meine Blase. Weil diese Blase ist so ein bisschen das Kleine. Für mich, das ist jetzt so mein Bild dazu, wenn ich sage meine Welt, dann spreche ich darüber, also da geht es um langfristige Sachen, Blasen, da bin ich mal in der Blase und mal in der Blase und mal in der Blase. Das sind so Blasenphasen. Blasenphase. Ja, Wort des Tages. Siehst du, und das kann die KI, das kann sie nicht, sie kriegt das Wort, des Tages nicht rein, das müssen wir in Zukunft immer aufschreiben. Auf jeden Fall. Also wenn du zu einer Frau hast, sagst du, was hast du gerade für eine Phase? Ich habe eine Blasenphase. Freut sich jeder Mann. Ich habe eine Blasenphase oder ich habe eine Phasenblase? Eine Blase. Ah ne, ich habe eine Blasenphase, ja. Also wenn du eine Blasenphase, dann ist es natürlich aber eine Blasephase. Dann waren wir ja auch schon. Da freue ich mich dann, freuen sich die Männer. Ja, auf jeden Fall, weil jetzt bin ich zum Beispiel in der KI-Blase, ja. Vielleicht war ich vor Jahren, wie ich ein Produkt entwickeln wollte mit meinem Ex, war ich in einer anderen Blase, war ich in der Schenkenblase, weil das Produkt um Schenken ging. Und, aber meine Welt, die ist permanent da. Da geht es um meine ganzen Werte, da geht es um meine Weltanschauung, um das, wie ich Sachen empfinde, wie ich Sachen aufnehme, wie ich Sachen generell sehe. Natürlich, sowas verändert sich auch, aber jetzt nicht so schnell wie die Blasenphasen. und meine Welt und deine Welt sind aber unterschiedlich. Definitiv. Da muss man dann eben schauen, wo überschneiden die sich, jetzt angenommen, wir wollten ein Paar werden oder so, ich meine, unsere überschneiden sich ganz super, sonst wären wir nicht so super befreundet und würden sich zu gut verstehen und auch nicht, nicht so viel Verständnis füreinander haben. Das haben ja nur wir, sonst hat das ja niemand. Verständnis zu uns? Nein, füreinander. Ja, aber zu anderen Freunden hat man ja auch Verständnis oder dieses andere Verständnis zu anderen Menschen ist ja auch da. Ja, aber dann halt meistens oft weniger oder so. Kommt eben darauf an, in welcher Welt man eben lebt. Aber jetzt gibt es eben dann diese Welt, in der man lebt und da hat man dieses Leben und in dieser Welt oder in diesem Leben, deshalb habe ich das letztendlich so gesagt, man ist in dem Leben gefangen. Weil das ist am einen drumherum, da hat man gelernt und so weiter und so fort und da kommt man da eigentlich nicht raus, selbst wenn man raus will. Weil man hat das so gelernt, man ist so erzogen worden, die Gesellschaft hat das und jenes gemacht, bla bla bla. Jetzt bin ich da und bin halt so alt wie bin und aus mir ist das geworden, was aus mir geworden ist aufgrund all dieser Rundherum-Umstände und jetzt sage ich, boah, so gefällt mir das nicht. Weil irgendwas nicht gut ist. Ich bin unglücklich, ich bin depressiv oder habe depressive Phasen vielleicht oder was auch immer, irgendwas stimmt nicht, ich spüre unterschwellig, da ist was nicht in Ordnung oder ich bin nicht in Ordnung. Diese ganzen Dinge und was macht man dann? Dann sucht man sich Therapeuten zum Mindset Coach. Nein, man liest wahrscheinlich viele Bücher, fängt man wahrscheinlich an mit 30, 40, 40 spätestens wahrscheinlich Bücher zu lesen, man holt sich Therapiehilfe und lauter so Sachen. Dann lernt man immens viel und dann sitzt man da, also ich frage mich dann zeitweise, ist der Mensch nicht ich, ist der Mensch an sich eigentlich lernresistent? Ja gut, ja, ich glaube in vielen Fällen schon. Merkst du ja an politischen Themen, Umweltthemen, Corona hatten wir, wir dachten Corona, jetzt passiert mal was, was uns alle irgendwie aus der Bahn wirft, danach wird sich vieles ändern, man wird vielleicht irgendwie andere Wege finden, andere Lösungen für alle anderen Probleme, nix, sobald es wieder normal war, ist jeder ganz normal wieder, hat geschaut, wo kriege ich denn meins her für fürs günstigste, fürs beste, fürs Wohlbefinden, keine Ahnung, also das hat schon was, also ich glaube, es gibt doch diesen Begriff Lernen durch Schmerz und selbst da bin ich mir nicht ganz sicher, wenn der Schmerz wieder vorbei ist, dann begibst du dich möglicherweise wieder in deine alten Gewohnheiten, also ich kann ja jetzt auch aus meiner Geschichte sprechen, damals wie meine Ex-Freundin verunglückt ist, hat sich für mich in dem Moment sehr viel verändert oder hat mich also ich habe mich bewusster dann mit gewissen Themen befasst und wollte mich auf den Weg machen, weiß ich, mehr mich mit dem Thema Leben und Sterben zu befassen und irgendwann, wenn der Schmerz und dieses Geschehen ist, eine Zeit lang hinter dir liegt, und du ja doch deinen Trott ja schon wieder normal lebst, du triffst dich mit Freunden, du gehst weiterhin normal in die Arbeit, wobei das damals ja nicht normal war, ich bin dann gekommen und gegangen, wann ich wollte, habe mir meistens meine Ohrenstöpsel in die Ohren gelegt, aber je länger die Zeit dann ging, desto normaler wurde ich wieder oder integrierter, habe ich mich wieder in meinen Käfig begeben, sage ich jetzt mal so, in meine Ähre ja des Wohlfühlens, was vielleicht auch nicht schlecht ist, aber ich habe mich in dem Moment, wo das damals passiert ist, versucht weiterzuentwickeln, habe ich mich vielleicht auch, aber im Grunde sind viele, wie habe ich es gerade genannt, Gewohnheiten, einfach so, wie sie damals waren, wieder zurückgekehrt. Da wäre jetzt echt, ich meine, da müssen wir halt genau schauen, da wäre jetzt echt die Frage, ob von diesen Gewohnheiten, die jetzt einmal abgesehen davon, die Frage ist, waren die nicht eh alle in Ordnung, gut oder tun die nicht eh alle gut oder nicht oder so, weil dann ist ja in Ordnung, wenn die wieder zurückkommen, aber da müsste man halt genau schauen, ob irgendwas von den Gewohnheiten eben vielleicht dann doch nicht mehr zurückkam, aufgrund dieses Ereignisses, weil dann wäre es ja diese Geschichte, dass du quasi was daraus gelernt hast, weil meine Freundin, da habe ich letztens, ich habe vier Stunden telefoniert, viel darüber gesprochen, auch über solche Sachen und über das Lernen und eben, wenn man Schmerz hat und so, weil es immer heißt, ja, wenn da was Schlechtes passiert, das ist ja immer super, geht da drücken die Tür auf und so, dann geht durch und geht durch den Schmerz oder was weiß ich und lernst ja was draus, also nichts, nichts ist schlecht, nichts ist böse, wenn es da ganz schlecht geht, ist super und sie hat dann gemeint, jetzt auch auf mich gemünzt, aber auch allgemein im Prinzip, ich bin ein recht ungeduldiger Mensch, dass diese Dinge, diese Veränderungen, die passieren dann halt einfach oder dieses Lernen daraus, das passiert nicht am nächsten Tag und vielleicht auch nicht zwei, drei Jahre später, vielleicht erst zehn Jahre später und ich glaube, wir haben nur keinen Überblick drüber, wir selbst, wie sehr wir uns eventuell schon weiterentwickelt haben, ich meine, manchmal merke ich es, oh, hoppla, wow, das mache ich ja jetzt ganz anders, als ich es früher getan habe, aber in ganz vielen Dingen sage ich mir jetzt noch, naja, ich bin ja sicher, wenn ich das und jenes jetzt mache, dann wird das so und so, weil so bin ich halt, ich weiß es aber gar nicht, weil ich in dieser gewissen Situation seit Jahren nicht mehr war, das heißt, ich kann nicht garantieren, dass das genau so passieren wird, wie es mir vor zehn Jahren passiert ist, weil es sein könnte, dass ich was gelernt habe, ich weiß heute nicht. Ja, aber das ist halt auch so der schwierige Teil an der ganzen Sache und weil wir ja gesagt haben, man fühlt sich, wir reden jetzt von uns, sage ich jetzt mal, sehr, sehr möglicherweise intim, wir können jetzt nicht für alle reden, also das Überthema ist ja gefangen, gefangen in der Welt, oder? Im Leben, gefangen im Leben. Ja. Jetzt müssen wir nur ein bisschen rausfiltern, in welchen Situationen, also ist das, wo wir uns jetzt befinden, wo wir unsere Zäune abgesteckt haben, wo wir unser Territorium abgesteckt haben, ist das unser Bereich, unser Leben, wo wir gefangen sind? Wo wir, also spreche ich jetzt, ich bin mit meiner Gesamtsituation der Zeit nicht ganz zufrieden, also ich bin auch nicht glücklich, es gibt glückliche Momente, ja, oder Sachen, die mir sehr, sehr viel Spaß machen, aber ich bin gerade nicht an einem Punkt meines Lebens, wo ich sage, das passt alles. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob da draußen nicht auch Menschen sind, die vielleicht auch gefangen im Leben sind, aber die sagen, ja, es ist so, ich bin zufrieden, weil ich habe Kinder, Haus, Familie, einen guten Job und ich bin heute da, das reicht mir. ich habe eher so das Gefühl, es reicht mir nicht, ich möchte eigentlich noch was anders, aber ich weiß nicht, wie ich es erreichen soll. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich, also. Naja, da ist eben dann diese Geschichte, ich meine, wären wir jetzt Coaches oder würden jetzt Coaches zitieren, dann würden wir wahrscheinlich, oder auch Therapeuten, dann würden wir von Blockaden sprechen. Glaubenssätzen? Ja, wenn man sich selbst blockiert, also Glaubenssätze ist für mich ja, boah, das Triggerwort des Jahrzehnts, weil das kannst du jedem, du kannst jedem alles zurückschmeißen. Also, ich habe Glaubenssätze für mich gekillt, die gibt es für mich nicht mehr, sind nicht Existenz, weil alles ein Glaubenssatz sein könnte. Also auch das, was ein Glaubenssatz ist, kann ein Glaubenssatz sein und somit ist das für mich, das ist absurd. Also das funktioniert für mich. Das hat Absurdum geführt. Ja, ich nicht, das führt sich selber ad absurdum, wenn man es dreimal richtig hintereinander sagt und Vielleicht ist das ein Zauberspruch. Ich könnte nachschauen, ich habe ein Hexenbuch. Na, schau. Habe ich noch nie gelesen. Vielleicht ist das ja der Ausweg, weil ich ja weiß, es geht, es würde, es würde ganz leicht gehen. Ich meine, so wie du immer sagst, du hättest gern, das ist mit Leichtigkeit oder wie sagst du immer? Mühelos. Mühelos, ja. Ich glaube, das würde gehen, wir kriegen es nur nicht hin. Also in Bezug Mühelos ist eigentlich so immer auf Beziehung gepitcht. Ja, aber es sollte alles mühelos gehen, auch alles, was du arbeitest, ja, selbst das Wäsche waschen sollte mühelos gehen, ja, weil juhu, ich kann die Wäsche mit einer Maschine waschen und muss nicht zum See runtergehen, der gar nicht da ist. Ich wüsste nicht mal, wo ich meine Wäsche waschen könnte. Hier gibt es kein fließendes Wasser in der Nähe außer so Hahn. Also ich hätte echt ein Problem, ich würde nur in den Trecker der Wäsche rumlaufen. Also ich danke, wer auch immer es war, für die Erfindung der Waschmaschine und der ganzen Zulauf, Kanäle, Schläuche. ich merke mal nie, wie das heißt. Die Römer waren es, Aqueduct. Nein, wie heißt das, was kein Schlauch und kein Kanal ist? Leitung? Nein, Tube. Ein Rohr, danke. Nein, das ist, es gibt immer so Wörter, die mir auf Englisch einfallen. Es verlangt nicht einfallen. Und Rohr ist so ein Wort. Also vielen Dank an euch da draußen, die uns das Rohr geschenkt haben, damit wir Wasser in unseren Wohnungen haben. Genau. Und Strom natürlich. Ja, bitte. Ich danke auch für Strom, ich danke für so vieles. Aber jetzt habe ich meinen Faden selber wegnommen, gell? Das habe ich befürchtet jetzt. Schlimm, Blockade. Ich weiß jetzt gar nicht, wo du jetzt eigentlich gelandet bist. Du bist jetzt... Nein, es ging darum, dass, ich weiß schon wieder, dass ich davon überzeugt bin, dass viele Menschen, ich sage jetzt nicht alle, aber die sich mit sowas eben beschäftigen, die ein Leben haben und sie irgendwie nicht so ganz happy, die sind jetzt nicht unglücklich. Oder vielleicht auch unglücklich, egal, aber die, die da eigentlich raus wollen, die holen sich ja Hilfe auf die eine oder andere Art und Weise und lesen und lernen, machen Workshops, Seminare, keine Ahnung, alles Mögliche, haben dann irrsinnig viel Wissen angesammelt und können es eben nicht umsetzen. Und ich habe in letzter Zeit, wieder TikTok, müssen wir verlinken, auch den Joe Dispenser, der ist wahrscheinlich jetzt auch nicht jedermanns Geschmack, aber da geht es auch ein bisschen und Quantenphysik, also auch für unsere wissenschaftlich angehauchten Zuhörer etwas, wobei ihr nicht weiß, ob Quantenphysik und Horoskop nicht für das Service hat. Also fast dieselbe Kategorie, weil es auch so unfassbar ist und ich bin noch nicht so eingestiegen, dass ich jetzt sagen könnte, weil auch wissenschaftlich ist ja immer so, es gilt alles als, ja, ist wissenschaftlich richtig bewiesen oder sonst. Wissenschaftlich bis weggewischt wird bei TikTok und Instagram und das Gegenteil bewiesen wird, ja, also so kommen wir dann wieder auf, was ist die Wahrheit und so weiter. Aber ich finde es ein sehr faszinierendes Thema, mein Kopf kann es nicht ganz fassen, was in der Quantenphysik da alles so erzählt wird, aber was dieser Joe Dispenser da gesagt hat und was in vielen dieser Radgeber, Lebensradgeber steht und so weiter, das geht wieder so in Richtung positives Denken und diese Geschichte und ich kann mir wirklich vorstellen, wenn man all das loslässt, was einen so belastet, also wenn so Sachen wie was der andere sagt, ist mir nicht mehr wichtig, ob ich jetzt ein Haus habe oder nicht, ist mir nicht wichtig, wie mein Körper ausschaut, natürlich ist es wichtig, dass man gesund ist, aber was mit dem Körper jetzt so los ist, der schießt, der schießt, alles nicht wichtig, wenn man diese ganzen Dinge loslässt, weil das sind alles Dinge, die stressen und belasten uns und wenn du gestresst bist, da haben sie auch so ein Hirn gezeigt, da ist was Rotes und so, dann haben die eben gezeigt, dass dein Fokus, also dein Gesichtsfeld, wenn du gestresst bist, ist total eingeschränkt, das heißt, du siehst dann, das kennst du vielleicht, du musst vielleicht gar nicht großartig gestresst sein, aber gehst in den Kühlschrank und suchst was, weil deine Frau irgendwie sagt, hol die Butter. Ja gut, das ist wieder eine andere Sache, das ist wieder männlich-weiblich. Nein, in dem Fall schon, weil die Frauen ein bisschen mehr sehen, stimmt, da hast du recht, die sehen von Hause ein bisschen mehr, aber mir ist es auch passiert und ich bin Frau. Ich habe letztens das Ladestreet für mein Motorrad gesucht und habe es nicht gefunden, habe ich natürlich nachgedacht, okay, das habe ich vor einem halben Jahr irgendwo hingelegt, das habe ich sicher wo hingelegt, wo ich es ganz schnell wieder finde, weil ich bin ja nicht deppert. Das war aber vor einem halben Jahr, das habe ich vergessen und dort, wo ich gedacht habe, wo es gescheit liegen würde, da lag es nicht und habe mir gedacht, okay, es kann dann nur mehr in meinem Arbeitszimmer liegen, überall gesucht, nicht gefunden. Was mache ich? Das klingt jetzt ein bisschen nach Voodoo und es kommt dann nachher noch so eine Voodoo-Geschichte. Ich habe dem Mick eine Sprachnachricht geschickt und habe ihm aufgesagt, Mick, kannst du mir bitte sagen, wo dieses Ladegerät ist, wohl wissend, dass der keine Ahnung hat, wo das Ladegerät ist. Das stimmt. In derselben Sekunde stehe ich vor dem Ladegerät, wo ich vorher schon fünfmal geschaut habe und sehe es plötzlich. Das ist ja wieder diese Geschichte mit dem RAS, mit dem retikulären, nee, wie heißt es? Aktivierungssystem. Das weiß ich nicht, das kenne ich nicht, was ist das? Ja, das ist, wenn du sagst, keine Ahnung, mein nächstes Traumauto, du suchst es dir aus, ist ein, keine Ahnung, roter Mercedes, dann siehst du ihn überall nur noch kleine Rote mit Mercedes rumfahren. Genau, und sowas nutze ich häufig. Ich habe das früher genutzt, wenn mir was runtergefallen ist oder sowas Kleines oder ich habe mal meine Halskette plötzlich nicht mehr gehabt, die mir meinen Papa geschenkt hat, die war mir ganz wichtig, war weg und ich hatte, da war noch eine Hündin da, die ist leider schon verstorben und ich habe mich so, das ist blöde angewundet, ich weiß gar nicht, warum ich da angefangen habe, aber ich habe gesagt, Amanda, so hieß die, sage ich, kannst du mir bitte suchen helfen, wo ist denn meine Kette? Und keine Minute später stehe ich vor der Kette, die liegt am Boden, die ist mir im Badezimmer runtergefallen beim Umziehen. Es hat immer funktioniert, mir ist das Kleines runtergefallen, immer eine kleine Schraube, ich, Amanda, wo ist denn die? Amanda hat nichts gemacht, die hat auch nicht gesucht, aber ich habe das ausgesprochen und bumm, zack, war es da. Vielleicht sollte man viel mehr Sachen aussprechen. Unbedingt. 100.000 Euro, Multiple Orgasmen. Viel Geld, immer wieder, wir sind reich, wir haben alles Geld der Welt, was wir, wir sind glücklich. So viel Geld und können es nicht ausgeben und sind total glücklich damit, genau. Und wir lieben unsere ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen von ganzem Herzen. Ja, und die, die noch kommen werden. Und die, die lieben uns auch. die jetzt bald kommen werden. Aber noch, noch so eine spooky Geschichte ist jetzt ganz brandaktuell. Ich süße meinen Kaffee mit Agavendicksaft. Jetzt kriege ich seit Wochen keinen Agavendicksaft mehr, der ist überall ausverkauft. Ich habe keine Ahnung, warum, ob der in der Ukraine hergezeugt wird, hergezeugt, hergezeugt, seit neuestem, ich weiß es nicht, war nicht, habe ich vor zwei Monaten bei Amazon bestellt, mit Abo, weil ich den ja ständig brauche, dann kriege ich jetzt eine Nachricht von Amazon, kann nicht geliefert werden, blablabla. So, was macht die Natascha? Da ging es jetzt nicht um diese Geschichte von wegen, sprich, was du findest es, sondern da geht es jetzt um was anderes. Da habe ich gesagt, okay, ich akzeptiere das, dann trinke ich meinen Kaffee halt ohne Agavendicksaft. Also was habe ich gemacht? Ich habe losgelassen. Und du glaubst nicht, was passiert ist. Du hast dann die Lieferung bekommen. Am nächsten Tag stand die Lieferung mit Agavendicksaft von Amazon vor der Tür. Und da dachte ich mir, okay, ich meine, ja, viele werden sagen, das ist ein Zufall. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich kann mir es gut vorstellen und das kannst du laut auch diesen Joe Dispenza und da gibt es viele andere noch kleine Menschen, die dir irgendwelche Theorien dazu haben. Ich bin dabei, ich liebe diese Vorstellung. Es kommt das, was du brauchst zu dem Zeitpunkt, wo du es brauchst. Das Einzige, was mich persönlich dann immer wieder davon abhält, ist, ich habe Angst, dass es nicht so ist. Diese Angst blockiert mich, dann bin ich gestresst, und dann sieht man diese ganzen und da bin ich jetzt wieder bei der Quantenphysik. In der Quantenphysik spricht man von diesen vielen Möglichkeiten. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und im Prinzip kannst du dir unter Anführungszeichen aussuchen, welche mögliche Zukunft du dir aussuchst. Aber das geht nur, wenn du sie auch siehst und wenn du gestresst bist und du hast eben diesen schmalen Fokus, dann siehst du sie nicht. Also diese ganzen, ich meine, das kennen wir alle, glaube ich, aus unserem Leben, dass wir viele Dinge gar nicht wahrnehmen, viele Möglichkeiten nicht wahrnehmen können, weil wir sie in dem Moment nicht gesehen haben. Oder nicht hinschauen. Weil wir, nein, da geht es gar nicht ums Nicht-Hinschauen. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, hinzuschauen, weil wir so eng eng sind, eng im Schauen sind, weil wir so belastet sind und dadurch nicht offen sind für diese Dinge und sie nicht zu uns kommen können. Wenn ich das sowas jetzt lese, ja, und ich verstehe es und ich glaube es auch, dann sage ich, es könnte so leicht sein, aber wir haben es nicht gelernt. Wir haben genau das Gegenteil gelernt. Und jetzt kommt da mal wieder raus. Aus dem Gegenteil. Ja, wenn du das, wenn du das, wenn man das halt einfach, wenn du so konditioniert bist, dann braucht es halt entweder einen Schicksalsschlag oder ein, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, möglicherweise Einschläge von außen, die dich vielleicht wieder da an den Punkt bringen, dass du die Chance hast, neu zu starten oder dir andere Sachen, ähm, wie soll ich sagen, andere Sachen zu akzeptieren oder sagen, da sind auch Sachen, die ich jetzt nicht verstehe, aber die sind da. Weil ich es jetzt zulasse und weil ich das andere zurücklasse. Ja. Ich glaube, da ist der Angst schon wieder eine, also, das ist meine Erfahrung, aber ich denke, das ist jetzt auch vieler Leute Erfahrung, dass da Angst auch wieder eine große Rolle spielt. Wenn ich was loslassen will, zum Beispiel, dass ich sage, ich lasse das jetzt los und bin jetzt nicht mehr so hartnäckig und will das unbedingt, auch wenn man es eben will, ich kann mich erinnern, die World Babies, ja, hat nicht funktioniert. Gut, dann habe ich das losgelassen, dann hat es auch nicht funktioniert, aber da habe ich dann dafür gesorgt, dass es nicht funktioniert, ja, dann hätte es vielleicht funktioniert. Ich meine, das hat mir damals ja auch jeder gesagt, da darfst du dich immer dran denken und so weiter, also super. Wenn Natasche ja Eihüpfen spürt, dass das so laut schreit, ja, dann kannst du nicht sagen, ich ignoriere das, ging nicht, ja, aber hätten wir dieses Urvertrauen, ich weiß gar nicht, vielleicht ist uns das eh in die Wiege gelegt und wir uns dann weggenommen, aber dieses Urvertrauen, dass alles funktioniert, dass ich, wenn ich ausziehen muss, ein neues Haus bekomme, ohne dass ich jetzt wie eine verrückte zwei Jahre lang Haus suchen muss, sondern ich muss jetzt nächste Woche irgendwo hinziehen, also ich muss aus meinem raus, weil mein Vertrag ausläuft zum Beispiel, im Miethaus, ja, muss nächste Woche da raus und ich verlasse mich einfach drauf, dass ich eins haben werde und ich bin sicher, dass es Menschen gibt, die sowas schon leben, die beneide ich, ganz ehrlich, die beneide ich, weil alles so leicht ist. Ja gut, das ist dann wieder, aber es gibt natürlich auch Menschen, wie soll ich sagen, und es ist ja auch wieder dieses Klientel, die, jetzt sage ich wieder, unser Podcast dreht sich immer wieder um Coaches, aber es ist ja einfach leider so oder Spiritualität oder keine Ahnung, wo dann Leute sagen, ja, es kommt, wie es kommt und dann, ich kann mich aber nicht entscheiden und da sind so viele Möglichkeiten und dann heißt es im Nachgang, egal wo die jetzt hin, verschlagen worden sind von außen, vom Universum oder wo auch immer, wo sie dann sagen, ja, das war von Anfang an klar, dass das so passiert, weil ich musste dort landen, um dann wieder den anderen Weg zu sehen und zu finden, um glücklich zu sein. Das Witzige ist, was du nämlich jetzt gesagt hast, du hast gesagt, man sagt dann ja gerne, kenne ich auch von mir, das war von Anfang an klar und genau das stimmt eben in manchen Fällen dann, also für die, die das wirklich schon leben können, für die ist es klar, aber die sind dann auch nicht verwirrt oder wissen nicht, was tun sollen, sondern die sitzen halt da und sagen, ja, passt schon, alles gut und für die war das nicht von Anfang an klar, hintenrum ja, da kann man dann sagen, hätte mir, wäre ich total im Vertrauen drin oder so, ja, oder könnte ich das schon, hätte mir eigentlich klar sein müssen. Ich habe dann manchmal so ein Gefühl und wenn das dann bestätigt wird, ja, dann denke ich mir, verdammt, ich habe, ich hätte im Vertrauen müssen, weil es ist ja jetzt bestätigt worden, ja, aber, in dem Moment kannst du es halt nicht. Nein, weil ich Angst habe und weil ich mir nicht vertraue oder meinem Gefühl, also nicht zu 100 Prozent, weil ich, wie gesagt, was anderes gelernt habe. Aber es hat ja dann auch wieder was zu tun mit, befreie dich von, auch von Ansprüchen. Wenn du sagst, ich, oder Erwartungshaltungen. wollte gerade sagen, Erwartung gehört da auch ganz, ganz viel dazu. Weil dann ist alles, wo es dich hinschlägt, eine Chance und eine Möglichkeit. Ja. Aber es ist halt, okay, wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt in einem Leben, ich bin in einer Familie, ich habe Kinder, ich habe einen Hund, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, zwei, ich muss es, ich muss mir meinen Unterhalt auch leisten können, dann bist du einfach in deinem Leben gefangen und ob du jetzt glücklich bist, so wie es jetzt ist, entscheidest du selbst. Wenn du nicht glücklich bist und du dich gefangen fühlst, dann wird es wahrscheinlich erst mal nicht so einfach, daraus auszubrechen, weil da gibt es sehr, sehr viele Dinge, Dinge, die geklärt werden müssen. Natürlich, ich habe auch letztens wieder einen, wieder auf TikTok, war auch irgendein Scheidi, der halt auch gesagt hat, die Dinge von außen, ja, die kannst du nicht ändern, die kannst du auch nicht kontrollieren. Da musste ich dann allerdings an mein Hexenbuch denken. Aber natürlich, wie du eben damit umgehst und was du daraus machst, ja, das, das liegt dann eben an uns und wir müssen dann eben aber auch die Konsequenzen tragen. Also wenn jetzt einer sagt, ja, weil ich habe gestern gerade mit dem telefoniert, wo ich eben gemeint habe, ja, nichts, also ich bin echt der Meinung, du musst nichts, ja, das hat man mir früher auch oft gesagt, ja, aber ich muss schon, wenn man dann immer sagt, das Wort muss ist so böse, man soll das ersetzen. Ja, das kann eventuell funktionieren, mir geht es auf die Nerven. Und, weil ich habe einfach keine Lust zu sagen, ich möchte heute noch Wäsche waschen. Wobei eigentlich, es ging ja eigentlich, wenn ich sage, Du könntest aber auch sagen, ich werde heute noch Wäsche waschen. Ja, eigentlich geht das oder ich wollte noch Wäsche waschen. Ich sollte vielleicht in Zukunft ein bisschen besser darauf achten, auf meinen Muss, vielleicht bin ich schon in einer Phase, wo ich es tatsächlich weglassen kann. Aber, wenn mir eben jemand sagt, ja, ich muss ja arbeiten gehen oder ich muss diesen Job ja machen oder ich muss in dieser Beziehung bleiben oder was weiß ich, was man alles muss, da bin ich schon sehr wohl der Meinung, ja, vielleicht, der empfindet das ganz sicher so, gar keine Frage, aber nichtsdestotrotz, es ist eine Entscheidung. Das ist auch wieder Coach gequatsche, ich weiß, aber, es ist eine Entscheidung. da bin ich jetzt wieder, wenn ich diese Entscheidung treffe, dass ich arbeiten gehe in einen Job, den ich nicht möchte, dann muss ich mit den Konsequenzen leben, dass ich unglücklich bin. Ja, aber es ist ja auch so, was ich selbst auch schon durchlebt habe, ist ja auch dieses Thema Partnerschaft, ich bin mit jemandem zusammen, es passt nicht mehr, ich entscheide mich, dass ich gehen möchte oder ich muss da raus oder sonst irgendwas und hinterher bereue ich es dann trotzdem, dass ich dann da raus bin, auch wenn ich schon weiß, dass einfach da Sachen drin waren, die mir nicht gut taten, wo ich dann aber auch nie weiß, warum bereue ich das dann oder warum, denke ich mir dann, jetzt habe ich diese Entscheidung so getroffen und finde es blöd oder bin dann trotzdem unglücklich oder wie auch immer. Auch wenn ich weiß, es wäre, wenn es weitergegangen wäre, einfach auch nicht schön gewesen. Ja, was mir dazu einfällt, ist, dass es dann erstens mal sein könnte, dass es vielleicht nicht nur das war, was dich unglücklich sein lässt oder nicht glücklich sein lässt, sondern dass da einfach noch was Zusätzliches ist. Und das Zusätzliche ist ja auch wieder so ein Gequatsche, aber da ist ja anscheinend auch schon was dran. Jetzt kommen wir wieder zur Selbstliebe, weil wenn ich mit mir im Reinen bin, dann fällt es mir auch leichter, mir meine Welt so zu gestalten, dass sie mir auch gefällt. das hört sich an wie Pippi Langstrumpf, aber im Endeffekt ist es ja auch so. Ja, aber auch nur, also das ist echt, das ist ein schwieriges Thema, weil da habe ich auch mit meiner Freundin letztens drüber gesprochen, weil ich eben auch sage, ich bin ja dann auf mich böse, ja, wenn ich dann sage, ich bin verantwortlich dafür, ob ich mich gut oder schlecht fühle, warum kriege ich es nicht hin, warum kann ich nicht, warum kann mich jemand anderer zum Beispiel, extrem glücklich machen oder auch extrem unglücklich. Je nachdem, was der tut, wo ich gesagt habe, das kann ja nicht sein, das ist ja krank, so eine Abhängigkeit. Und dann hat sie was ganz Interessantes gesagt und zwar, dass wir, ich weiß jetzt, also das Wortlaut kriege ich jetzt leider nicht mehr hin, aber, dass wir Menschen gar nicht, weil ich gesagt habe, ich sollte doch die Fähigkeit haben, mich glücklich zu machen und mich unglücklich zu machen. Und sie hat dann gesagt, so ist der Mensch nicht. Wir sind nicht, also wir sind keine Inseln, das hat sie jetzt so nicht gesagt, aber wir leben immer im Austausch und im Miteinander. Ich müsste sie noch einmal fragen, weil sie hat auch ein super Beispiel genannt, also das hat auch irgendwas, ob genetisch oder wissenschaftlich, biologisch, irgendwie sowas, war da was dabei. Aber was mich wieder ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, so von wegen, weil sie gesagt hat, es ist okay, wenn dich jemand glücklich macht, weil schau dir an, wenn du jetzt Gäste hast oder so, du ladest Leute ein, du willst die glücklich machen, du willst, dass die sich wohlfühlen, das macht dich glücklich. Das ist vollkommen okay, dass dich der andere glücklich machen kann. Ja schon, aber wenn ich davon abhängig bin. Ja, abhängig, ja, das ist natürlich, dann geht es in die falsche Richtung. Aber jetzt so, weil es mich in dem Moment so erschreckt hat, ja, weil ich in einem Moment ganz traurig war und dann macht jemand was und auf einmal bin ich wieder ganz glücklich. Und man dachte, boah, was ist denn das für Wunderkugel, quasi. Wobei, ganz ehrlich, das kriegst vielleicht sogar du hin, wenn es mir mal schlecht geht. Wir reden miteinander und auf einmal geht es mir wieder gut. Ist dasselbe in Dunkelgrün. Bin von dir abhängig. Super, danke. Deswegen chronisch. Ja. Aber das ist, ja, dafür sind ja Freunde auch da. Ja. Womöglich, dass es dann auch so ist, dass man sagt, okay, man quatscht, danach fühlt man sich wieder besser. Aber das Schönere wäre natürlich, wenn man von Haus aus so in seiner Mitte wäre, um, auch wenn es mal nicht so gut läuft, dass man sagt, okay, ich akzeptiere das, wo wir wieder beim Akzeptieren wären und mach das Beste draus. Ich kann jetzt traurig sein, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt den Hula-Hub von außen, der dann kommt, mich in den Arm nimmt und sagt, bitte wieder, alles gut, mein Kleiner. Was schon, du schaffst das. Wäre natürlich schön, aber was machen Menschen, die keinen Partner haben, die keinen Liebhaber haben, die keinen Geliebten haben, die keinen besten, chronisch besten Freund haben? Podcast hören. Podcast hören. Aber es gibt da draußen bestimmt auch Menschen, die alleine sind und die das hinkriegen. Ja, aber sie kriegen es ja auch nur hin. Ja, reicht das? In dem Moment würde es mir reichen. Naja, was ist hin, hinkriegen tun wir es auch, sonst hätten wir uns schon aufgehängt, ja. Aber ich glaube, es kommt dann vielleicht auch auf die Zeitspanne an oder so, ja, wenn ich Durchhänger habe und so weiter, ja, ich weiß das auch, dass ich da wieder rauskomme. Aber wir sind doch auch bei dem Thema, was weiß ich, wenn ich, hatten wir glaube ich auch schon öfters im Podcast, wenn du, das ist ein schöner Tag, du gehst raus, du gehst spazieren oder gehst Radfahren, aber du bist allein, möchtest es aber nicht. Du könntest dich allein genauso glücklich fühlen, aber nein, da ist ein Punkt, wo du sagst, das wäre jetzt aber schön, wenn ich den Moment oder das jetzt mit jemandem teilen könnte. Das würde mich jetzt so glücklich machen. Und das, hat eben meine Freundin gesagt, ist ganz normal. Weil man eben Glücksmomente genauso wie traurige Momente, die will man als Mensch wahrscheinlich automatisch, sicher auch nicht alle, aber das will man teilen, weil es dadurch einfach, vielleicht weil es dadurch intensiver wird, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ja, wir können dann Nachbarn auch fragen, so kommst du mit. Ja, probier das mal. Da probier du das mal. Nö. Also wir sind weiterhin gefangen in unserer Welt, ihr Lieben. Ja, aber wir sind dabei. Also wir versuchen unsere Türen zu öffnen. Unsere Fenster. Wir lassen alles rein, wir lassen alles raus, sorgen für ordentlichen Durchzug. Ja, es ist eine Entwicklung. Es ist eine Entwicklung. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen. Vielleicht waren da auch ein paar Sachen für euch dabei oder ihr wisst jetzt vielleicht auch, fühlt ihr euch gefangen oder nicht. Wenn ja, da habt ihr jetzt Zeit, könnt ihr unseren Podcast hören. Wenn nein, geht raus, habt Spaß. Fragt den Nachbarn. Fragt den Nachbarn, der freut sich vielleicht. Ja, und wenn ihr Ideen habt, die helfen? Unsere Kanäle sind offen. Ja, einfach drunter schreiben. In diesem Sinne, eine schöne neue Woche. Bis bald. Ciao. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs.